Let's go, we are here, track bike und wir sind jetzt in der Gondel. Ich fahre jetzt gerade auch hoch zum Training und dann geht es auch für die erste Lärmung. Was als nächstes gemacht werden muss, ist denke ich mal das Setup von Gabel und so, weil es ist viel zu weich. Also ich finde es jetzt schon relativ weich und dadurch durch die Hitze ist das Ölvolumen oder in der Gabel ist das ein bisschen flüssiger durch die Wärme und dadurch taucht die anders ein. Deswegen werde ich wahrscheinlich als nächstes Setup machen müssen, auch die Strecke ein bisschen härter und so, bisschen anders abstimmen und es ist halt wenig Zeit und deswegen wird das alles ein bisschen eng, aber ich denke mal wir bekommen das hin und genau jetzt werden erstmal die Strecke runterrollen, möglich runterrollen und dann jetzt probieren wir nach und nach es einzufahren. Ich bin halt, let's go. Ich bin halt, ich bin halt, ich bin halt. Ich bin nur gerutscht, wenn ich ein bisschen Kante gegeben habe, komplett geslidet. Das ist so dumm, das kann ich nicht. fahrwerk wie zu weich voll eingesunken du verstehst mich, oder? ja komplett neue set-up vorne, fahrt oben jetzt statt null so Alter, Setup ist jetzt styled. Ich hatte vorher null Tokens drin, null. Und jetzt habe ich zwei drin. Bruder, das fährt sich zehnmal geiler. Da unten ist AdBull. Hab ich gesehen. Er hat gerade schon die ganze Zeit rumgeschrieben. Dann werden wir mal fahren. Seltsam. Klopft, siebten Uhr. Shit. Das war ein Fork. Hast du es noch nicht gebrochen? Ja, ich habe es gebrochen. Kann ich hinter dir gehen? Ja, sicher. Warte, nicht zu weit gehen. Okay. Ready? Ja. Okay. Wow. Oh! Wow. 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 Oh! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Is mine running? Ja, ihr on, bro. Ja, danke. Have a good one. Ihr good, ihr good. Ja? Ja, ihr good. Ja, boi. Ja, ihr gottet. Ja, ihr gottet. Ja, ihr gottet, ihr gottet. Woooh! I just started riding you too. So, jetzt ein paar Laps gemacht. Der Track läuft relativ gut. Manche Stellen auf jeden Fall noch ein bisschen getreakt werden, ein bisschen besser gemacht werden. Aber all in all komme ich echt gut zurecht. Gefällt mir auch jeden Fall. Und jetzt haben wir noch eine Lab für heute. Eine Full Lab. Naja, eine Full Lab vielleicht nicht direkt. Aber die Sachen auf jeden Fall noch ausbessern, die ich jetzt falsch gemacht habe. Und ja, jetzt hielt es nicht so gut an das Ski. Alles reingepackt. And we go for it, baby. Oh ho! Ja, es ist ein bisschen zu viel in der vierte Kante. Ja, es ist ein bisschen zu viel in der Kante. Ja, es ist ein bisschen zu viel, ich habe ein bisschen zu viel kompressed, ein bisschen zu weit nach rechts gekommen und dann so, mal vorhin hat es mich so nach rechts gehauen, wenn ihr wisst was ich meine, dann bin ich da so, ja, ich habe das Gefühl, eben das Ding da so ein bisschen drüber gesetzt. Ich bin immer so, dann rechts hoch und dann zwischen die Dinger durch, wie es ihn hier halt unten reinhaut. Das ist brutal. Ja, Convulsions sind crazy, aber auch smooth, oben rum. Ah, wir haben alle hier so einen kleinen Struggle-Bus. Ich bin eigentlich dort immer so zwischendurch und das hing eigentlich immer ganz geil. Ich bin eigentlich so, ich bin eigentlich so überquert. Oh, das ist gut. Du bist gut? Ja. Ja. Aber wir müssen weg, Mann. Ja, Mann. Jemand sagte mir, dasselbe Riders sind auf dem Weg. Ja. Und sie sind der letzte Tag für den Tag. Ja, ja, richtig. Und sie sind auf der Weg. Okay, ja, ja. Ich wollte nur auf den Weg legen, aber ich habe immer vergessen, dasselbe Riderschrumpf da. Ich habe es gerade vergessen. Ja. Was denkst du hier? In der Mitte? Ja, ich gehe für die Mitte. Das ist die beste Option, glaube ich. Ja. Ich habe diese Linie, aber du bist zu schnell für das, glaube ich. Ja, das ist gut, aber ich komme in so heiß hier. Ja. Ich glaube, das Racer-Rund-Speed geht hier, glaube ich. Ja, ja. Ja, hell ja. Ja, das ist gut. Und dann gehen wir in der Mitte. Ja. Ja. Ja, wir gehen. Ja. Ah, das da. Ah, das ist gut. Let's go. So, first day of training done. Was mega geil. Und jetzt geht's ab zurück zum Pit. Und ja. Einfach geil. Strecke macht mega Bock. Ist alles normal auch. Jetzt nur noch das ganze ein bisschen. Ja. Lines optimieren. Und schneller werden. Und dann auf Race Speed und dann morgen schon Quali. Ich glaube wir haben morgen sogar nur eine Stunde Training. We are going for it. It's gonna be fun. Let's go. Hyped. Hyped. Hyped.